Eine Braunschweig-Legende unterwegs im Amateurfußball von Nordrhein-Westfalen. Domi Kumbela, 36 Jahre jung, ein Torjäger der gefährlichen Sorte. 46 Tore in Liga 2, 84 Tore in Liga 3. Der ehemalige Stürmer von Eintracht Braunschweig wusste in der Vergangenheit zu überzeugen und vergessen 2013 der Aufstieg in die Bundesliga. Heute widmet sich Kumbela neuen Aufgaben. Fußball ist nur noch sein Hobby. Seit Sommer ist der flinke Stürmer beim Kreisligisten SSV Delrath aktiv. Wer den Klub, sobald es der Spielbetrieb wieder zulässt, zum Aufstieg in die Bezirksliga verhelfen. Zu dem Wechsel ist es so gekommen, dass einer meiner besten Freunde, Salvatore Franchamore, mich wirklich jede Woche gefragt hat, ob ich da nicht mal mitspielen will oder mittrainieren möchte. Das war auch sein Wunsch, mal wieder mit mir zusammen zu spielen. Da habe ich die Anfrage natürlich angenommen und mir das angehört und angeschaut. Man sieht ja, die haben ja super Bedingungen hier mit dem Kunstrasen. Wenn man so eine prominente Verpflichtung, ein Ex-Bundesliga-Profi, sage ich mal, zum Verein bekommt, dann ist es natürlich super schön und wir freuen uns da riesig drüber, der ganze Verein. Als Spielerberater ist Kumbela bereits seit eineinhalb Jahren tätig. Die Vermittlung von Spielern, sein neuer beruflicher Werdegang nach der aktiven Karriere. Der Deutsch-Kongolese ist ambitioniert, möchte seine Erfahrungen aus dem rauen Geschäft an junge Talente weitergeben. Ja, meine Aufgaben sind ja darin, Spieler zu unterstützen, zur Seite zu stehen, Ratschläge geben und für mich natürlich auch persönlich, mich in der Branche peu à peu zu entwickeln und versuchen, meinen Weg da zu finden. Die Corona-Pandemie, auch für Domi Kumbela eine schwere Zeit. Aktuell genießt der Fashion-Liebhaber aus Düsseldorf die fußballfreie Zeit, hält sich zu Hause fit. Dennoch möchte Kumbela bald wie gewohnt zu Vereinen fahren, Spiele anschauen und selber kicken. Der Torhunger des quirligen Angreifers ist noch lange nicht gestillt. Fußball ist ja für jeden Sportler oder jeder, der Fußball spielt oder Fußball liebt, ist ja was Schönes. Und wenn man das nicht mehr hat, nicht mehr am Wochenende machen kann oder sogar nicht mehr in der Woche trainieren kann mit seinen Mitspielern oder Freunden, dann wird es natürlich irgendwann auch ein bisschen schwierig für den einen oder anderen. Ich vermisse das sehr. Ich freue mich, wie gesagt, bald wieder auf dem Platz zu stehen mit meiner neuen Mannschaft, meinen neuen Mitspielern und hoffentlich auch Erfolg und Spaß zu haben. Domi Kumbela, der Torjäger aus Düsseldorf. Mit seiner spannenden Profilaufbahn ist er einst zur Braunschweiger Legende geworden. In Delrath soll sein Fußballmärchen ein neues Kapitel bekommen. Mit Aufstiegen kennt Kumbela sich ja bestens aus. Vielleicht wird er eines Tages auch noch als Delrather Kultfigur in die Geschichte eingehen. Die Kreisliga B freut sich auf eine große Bereicherung. Die Kreisliga B freut sich auf eine große Bereicherung.